Hallo miteinander, herzlich willkommen auf Amazing Nature Alpha, dem Natur- und Technik-Kanal. Mein Name ist Michael und heute möchte ich euch mal von meiner neuen Kamera das Mein-Menü zeigen, das ich persönlich für mich konfiguriert habe. Vielleicht interessiert es ja den ein oder anderen von euch. Generell schrecken ja viele davon zurück, dass die Sony-Kameras einen riesigen Umfang, eine riesige Fülle an Einstellmöglichkeiten aufweisen. Die einen schreckt das ab und die anderen finden das genau attraktiv. So auch die A7 III. Sie ist ein Konfigurationsmonster. Also sie kann nahezu alles einstellen und personalisieren. Das bedeutet, ihr könnt euer Funktionsmenü genau auf eure Wünsche zuschneiden. Ihr könnt sämtliche Tasten mit euren Wünschen belegen. Ihr könnt zwei verschiedene Nutzer oben auf dem Modusrad festlegen, wenn ihr zum Beispiel in einer Firma arbeitet, Mitarbeiter Nummer 1 hat. Diese Benutzereinstellungen dreht auf die 1 und los geht's. Und Mitarbeiter 2 dreht auf die 2 und los geht's. Und ihr könnt bis zu vier Benutzer noch auf SD-Karten abspeichern, die dann wieder abrufbar sind. Und das Schöne dabei ist, jeder der sich damit nicht beschäftigen muss, stolpert auch über diese Funktionen nicht. Derjenige, der sie aber braucht, der ist dafür dankbar. Also, falls ihr euch überlegt, zur Sony zu wechseln, diese Kameras kann man unheimlich umfangreich auf sich selber programmieren. Und dann gibt es jetzt noch das MyMenü. Das ist eine super Funktion, um einfach diese sehr, sehr vielen Menüpunkte, die die Kameras bieten, auf seinen Bedarf zuzuschneiden. Also, das machen wir einmal in dem Funktionsmenü. Das kann ich ja euch mal kurz einblenden. Einmal hier in dem Funktionsmenü. Dieses Menü ist völlig frei anpassbar. Und hier kann man alles das hineinsetzen, was man häufig braucht. Das ist auch bei mir noch nicht ganz konfiguriert. Und dann haben wir aber natürlich noch sämtliche Tasten, die wir frei belegen können. So können wir alle praktischen Funktionen auf Tasten legen, Wenn wir uns das dann merken oder wir das bei jeder Sony Kamera gleich programmieren, dann macht das unheimlich Spaß, damit zu arbeiten, weil man wirklich die wichtigsten Funktionen, ohne lange zu suchen, direkt auf dem Finger hat. Und so auch das MyMenü. Hier können wir dann alles einstellen, wie wir das möchten. Und ich möchte euch einfach mal kurz meine zwei Seiten zeigen. Ich habe bisher nur zwei Seiten aufgenommen. Was ich häufig brauche, und das habe ich jetzt mir auch so zurechtgelegt, ist einfach, dass ich auf Seite 1 das Videomenü mache, denn da muss ich sehr oft zugreifen. Und auf Seite 2 habe ich einfach ein paar Punkte festgelegt, die für mich fürs Fotografieren interessant sind. Also auf Seite 1 beginnen wir, dass ich hier den Videomodus umschalten kann. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel schnell auf 120p Full HD wechseln möchte, das habe ich noch nicht aktiviert, denn ich bin noch im PAL-Modus und der kann nur 100 Bilder die Sekunde, das können wir aber einstellen, dann kann ich hier sehr, sehr schnell auf X, A, V, C, S, HD wechseln und in diesem Modus könnte ich dann in dem drunterliegenden Menüpunkt hier meine Framerate auf 100 Bilder die Sekunde stellen. Deswegen ist das sehr, sehr praktisch für mich. Dann kann ich schnell umschalten zwischen 4K, voller Auflösung und voller Bitrate und aber auch in das Full HD mit der Zeitlupenfunktion. Alternativ könnte ich natürlich auch das Modus Wahlrad auf S und Q Modus stellen, aber ehrlich gesagt, damit kann ich mich nicht so anfreunden. Als nächstes habe ich den Super 35 Mode drunter, denn der kann ja auch 4K und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Tier in weiter Distanz habe und mein 560 mm Objektiv reicht nicht ganz aus, dann kann ich hier den Super 35 Modus aktivieren und habe dann ein minimal reduziertes 4K, also das fällt kaum auf im niedrigen ISO-Bereich und habe aber dann einen Vergrößerungsfaktor um 1,5. Das ist auch sehr, sehr praktisch für mich und das brauche ich auch sehr häufig. Tonaufnahmepegel ist für mich auch eine ganz wichtige Funktion, der ist gerade ausgegraut, weil ich mich nicht im Videomodus befinde und der Tonaufnahmepegel ist für mich sehr, sehr wichtig, denn den muss ich ständig verstellen. Wenn ich ein Mikrofon direkt in die Kamera einspeise, dann möchte ich einfach die Kontrolle darüber haben, wie laut das ist und deswegen möchte ich das nicht lange im Menü suchen müssen. Punkt 2 ist der AF Speed, also der Autofokus, die Autofokusgeschwindigkeit und die möchte ich auch öfter mal umstellen. Wenn ich wechsle zwischen einem schnellen AF, bei schnellen Tieren zum Beispiel, brauche ich einen AF, der schneller auf den Punkt kommt und bei trägen Tieren, da möchte ich eher den professionellen Look beibehalten, dass ich ihn hier nämlich auf langsam umstellen kann. Aktuell steht er auf normal. Die Autofokusempfindlichkeit, die möchte ich auch gerne umstellen können, denn hier kann ich zwischen Standard und reaktionsfähig umschalten. Warum ist das nötig? Nun ja, es gibt manchmal Objekte, die ständig gestört werden durch zum Beispiel vorbeifliegende Vögel oder Grashalme, die im Vordergrund herumwehen und da lasse ich dann diese Empfindlichkeit auf Standard, denn sonst würde der Fokus ständig das Rumspringen anfangen. Natürlich, meistens fokussiere ich sowieso im Videomodus, im manuellen Fokus, aber wenn wir doch mal im Autofokus sind, wir haben ein bewegtes Tier, haben vielleicht keine entsprechende Vorrichtung, keinen Rig dabei, dann möchten wir den Fokus vielleicht doch mal auf automatisch setzen und dann ist es hier praktisch, wenn ich die Empfindlichkeit, also die Verfolgungsempfindlichkeit verstellen kann, dann kann ich sagen, okay, ich habe ständig was, was im Vordergrund rumspringt, dann lasse ich es auf normal, habe ich aber nichts im Vordergrund und habe ein schnelles Tier, dann kann ich es auf reaktionsfähig stellen, denn dann wird er hier immer wieder zügig nachfokussieren. Gut, kommen wir zur zweiten Seite, die habe ich aktuell auf Fotografie programmiert und die zweite Seite ist nicht ausschließlich für Fotografie programmiert, auch hier ist noch ein Videopunkt rübergerutscht und zwar ist das Zoom. Der Zoom kann ganz praktisch sein, wenn wir im Vollformatmodus filmen und wir haben Klarbildzoom eingestellt, dann kann ich, während die Aufnahme läuft, kann ich in das Bild noch hineinzoomen, kann das croppen, ohne dass ich mein 4K-Bild verlasse und das ist auch eine sehr, sehr praktische Funktion. Als nächstes kommt eine Fotofunktion und das ist die geräuschlose Aufnahme. Die Kamera bietet ja eine geräuschlose Aufnahme und meistens ist es ja so, dass Tiere einem nicht viel Zeit lassen und wenn es dann noch ein scheues Tier ist, dann möchte ich nicht stundenlange ein Menü suchen müssen, wo jetzt die geräuschlose Aufnahme nochmal war. Natürlich könnte ich sie mir auch auf einen Punkt setzen, auf eine Taste setzen, aber so oft brauche ich es dann auch wieder nicht. Deswegen im Mein-Menü auf Seite 2 ist die geräuschlose Aufnahme bei mir. Hier können wir die jederzeit ganz schnell aktivieren. Steady-Shot-Einstellungen sind auch sehr wichtig für mich, denn ich wechsle öfter mal zwischen manuellen und vollautomatischen Objektiven und hier möchte ich ebenfalls direkt einstellen können, dass ich sage, nein, Steady-Shot bitte auf manuell, die Brennweite ist 50 mm, bumm, Ende aus und dann habe ich das eingestellt. Das ist auch hier sehr, sehr praktisch. Die Langzeitrauschminderung brauche ich auch häufiger, denn wenn ich Sternenhimmel fotografiere und ich habe Zeit, dann kann ich diese aktiviert lassen, nehme ich aber eine Timelapse auf und möchte nach 15 Sekunden Foto oder nach 20 Sekunden nicht wieder neue 20 Sekunden warten, bis dieses Darkframe dagegen gerechnet wurde, dann muss ich das hier deaktivieren. Wenn es dunkel ist und ich keine Zeit habe oder die Sonne oder der Mond, die sind manchmal ziemlich schnell unterwegs und ich habe vielleicht keine Zeit, dann ist es ganz praktisch, dass ich hier die Langzeitrauschminderung relativ unkompliziert ausschalten kann. Was ebenso wichtig ist für mich, ist ja jetzt in der A7 III habe ich zwei SD-Kartensteckplätze, wie es für eine professionelle Kamera auch schon lange üblich ist und wir lange vermissen mussten. Und hier möchte ich natürlich auch relativ schnell und unkompliziert umschalten können, wenn ich sage, Video bleibt auf Speicherkarte 1 und jetzt möchte ich auf Speicherkarte 2 die Fotos aufnehmen, dann kann ich das hier direkt umschalten. Und die AF-Verfolgungsempfindlichkeit ist ähnlich, wie ich euch gerade erklärt habe für den Videomodus. Und zwar geht es hier darum, dass wenn etwas im Vordergrund ist, angenommen wir haben kontinuierlichen Fokus eingestellt, ich halte sozusagen die Taste und das Objektiv pumpt automatisch das Objekt nach und jetzt habe ich ständig Grashalme im Vordergrund, dann kann ich hier diese Reaktionsfähigkeit oder diese Reaktionsfreudigkeit herabsetzen und sage, nein, du bleibst mir auf dem Objekt. Dann kann ich das auf Verriegel zum Beispiel stellen und dann fokussiert er ganz träge nur noch nach. Angenommen, ich bin hier auf einem Geparden mit meinem Fokus und dann sind Grashalme im Vordergrund, da lässt er sich gar nicht mehr ablenken davon. Habe ich hingegen einen Vogel und freie Sicht, dann ist es schon sinnvoll. Wir haben das auf reaktionsfähig und die Kamera tut alles dafür, um hier auf dem schnellen Objekt zu bleiben. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video ein wenig gefallen. Ihr könnt ja mal gerne in die Beschreibung schreiben, was ich vielleicht noch auf die dritte Seite programmieren sollte oder was ihr sehr praktisch findet. Darüber würde ich mich freuen. Ich danke euch für eure Treue und euer Reinschauen hier und ihr könnt ja auch gerne mal auf Amazingbox oder auf meine Webseite vorbeischauen. Ich verlinke beides entweder am Ende des Videos oder unten in der Beschreibung. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.